Neben Schweighöfer und Fitz, Tanja Tischewitsch wird Kinostar Mit dieser Ausstrahlung und ihrem Selbstbewusstsein konnte sie nun offenbar auch Matthias Schweighöfer, 37, und Florian David Fitz, 43, überzeugen. Die TV-Beauty spielt nämlich im neuen Film der beiden Kino-Stars mit. Auf Instagram meldet sich direkt vom 100-Dinge-Set bei ihren Fans. Gemeinsam mitbereitet sie sich gerade auf eine intime Szene vor, wir drehen gerade. Und wir spielen eine Liebeszene, gibt sie ihren Followern ein Film-Update. Genauere Details über ihren Part hat die 28-Jährige allerdings noch nicht verraten. Mit hat nicht nur einen erfahrenen Schauspielkollegen an ihrer Seite, mitführt auch einer der erfolgreichsten Stars Deutschlands Regie. Der 43-Jährige hat außerdem das Drehbuch der Komödie geschrieben. Bis Anfang Mai steht die prominente Krill für das Projekt noch gemeinsam vor der Kamera. Die teste gibt den bei der Kamera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017